Ey, unglaublich, ich sehe den Typen, knall ihn ab und er ballert mich voll mit einer RPG weg, wa? Unglaublich, dieser Kerl. Was bildet der sie eigentlich ein? Cool, den jetzt da raus, ey. Herzlich Willkommen bei Amazir-Tablette mit eurem Rockbock und Battlefield 4. Wir spielen Metro und zwar mit Raccoon. Die machen uns hier gerade ziemlich fertig. Aber, bis jetzt können wir die Stellung in Süd halten. Da steht keiner. Tragisch. Und schon habe ich wieder keine Muni. Ah, die sind da. Oh, zack, LVG. Voll am Start. Was? Wo treibst du dich denn schon wieder rum? Was suchst du denn bei A? Oh, da sind ja welche. Das ist aber nicht so gut. Oh, verdammt. Also, sie sind Richtung A schon mal unterwegs. Ja, ich sehe schon, ich sehe schon, ich war ja hinter dir. Wieder unser Eckhaus. Da muss doch der Versorger ran. Unsere Eckhaus, denkst du? Oh nein. Ich bin gestorben. Hab ich ihn? Ja, aber. Ein anderer hat ihn gekillt. Ich wart nicht. Frage, sind die jetzt hier wieder rum? Ist noch so eine Boje. Erledigt. Boje ist down. O, B wird eigentlich noch. Sieht gut aus. Bin unterwegs. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Da sind sie. Direkt an der Fahne. Tod. Beide tot. B ist gesaved. Die haben sich C und schön wieder zurückerobert, oder? Ne, doch nicht. Noch gehört es uns. Die stehen rechts an der U-Bahn. An der U-Bahn und in der U-Bahn. Also ich bin ja... Genau ganz gut aus. Na, kommt da einer? Kommt da einer? Kommt da einer? Kommt schon, Jungs. Ich hab extra C4 hingelegt für euch. Kommt wieder, Kierner. Vorbei, ja. Mist, die sehen immer, wo ich meine C4 hinlege. Das ist ja echt kacke. Kann so nicht arbeiten. Mit dem MG4 kannst du immer so schön rumballern, ey. Das ist so geil. 14 zu 20. Na, hier, geht's ja ab. So kann ich ja noch überhaupt nicht arbeiten. Ich hab meine beste Runde. Toll. Freu dich doch, ein Loch. Killer, du. Ups, hab mich in der Weg mit C4 weggeknallt. Hast du gerade gesagt, dass du deine beste Runde hast? Du? Hast du gerade gesagt, du hast deine beste Runde? Nein, nicht meine beste Runde. Achso, das hat sie gerade so angehört. Nö, nö. Ich muss hier raus. Ich muss weg. Alter, tot. Ey, unglaublich. Ich seh den Typen, knall ihn ab und er ballert mich voll mit einer RPG weg, wa? Unglaublich, dieser Kerl. Was bildet der sie eigentlich ein? Cool, den jetzt da raus, ey. Da war irgend so ein Typ, der hat sich mit seinem Schild versteckt. Das ist echt lustig aus. Ohr. X, E, nö, wo schieß ich denn hin? Die Sache, so weit C hocken ist nicht mein Ding, wa? Krieg nicht gebacken. Nee, wa? Dazu bin ich irgendwie zu blöde. Feuerschutzhilfe am Arsch, ey. Braucht doch kein Mensch. Ich brauch Kills, ey. Einer von unseren Kumpels hat 42 zu 17. Was soll ich denn dazu sagen? Ich bin voll der Loser. Haha, Multi-Kill, Baby. Multi-Kill. Hahaha. Wenn ich eins liebe, dann ist es die Splittergranate. Mann, war das noch schön, als ich schnell nachgeladen habe, ey. Und? Boom. Hahaha, Multi-Kill, wie geil. Haha, ich liebe Dette. Die sind so blöde. Ich renne immer rin in die Tür, werfe schnell irgendwie gegen eine Wand eine Granate und dann versuche ich sie zu killen. Aber wenn es so weiter so läuft, kriegt noch irgendwie eine gute Kill-Death-Quote. Dazu müsste auch wieder eine troffen. Hahaha. Upsa. Mit der V40 hat er mich gekillt. Boah. Drei Leute stehen da im Gang, ey. Vier, fünf sind sie jetzt schon. Oder sechs, wenn ich es richtig sehe. Boah, jetzt machen sie richtig Action da. Kommt immer so in Wellen, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Oder da irgendwo einen Reisebus anhalten, nicht? Hahaha. Mit den ganzen alten Omis und Obis. Mit ihrer Kaffeefahrt, wirst du? Genau. Wir machen heute mal eine Battlefield-Kaffeefahrt. Mann, ey. Solange ich ihn immer noch mitnehme, ist ja das in Ordnung. Aber die bomben mich immer mit C-Feed zu. Das ist ein bisschen lästig. So ein bisschen jedenfalls. Ich brauche einfach mehr Kills. Granate. Boom. Ich bin schon wieder tot. Ist doch nicht so schlimm. Passiert jedem. Oh, ich habe ihm voll in die Bene geschossen. Oh. Ich habe nur eine Killhilfe gekriegt. Verreckt. Verreckt, ihr Wunder. Verreckt. Jeder, der um die Ecke kommt. Verreckt. Ups, keine Munition mehr. Ah, weg. Ist natürlich immer blöd, wenn gerade das Magazin alle ist, wenn die gerade alle um die Ecke geschossen kommen. Ja, verreckt, 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 verreckt. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Verreckt, egal, verreckt. Ja, auch du verreckt. Ups. Oh, jetzt habe ich aber ein paar Leute gekillt. So viel ist schon mal klar. Habe mich doch einer wiederbelebt. Wie geil ist der denn? Muss mal kurz nachladen. Gib mal Muni, Alter. Läuft. So, was haben wir hier noch am Start? Claymore, wa? Ne Claymore. Ne Claymore. Ach Mist. Hat er mich doch mit einer Splitte erwischt. Dieser miese kleine Kerl. Alter, das war ja Multikill bei dir. Drei Leute auf jeden mal? Du frechdachst du. Ach, scheiße, hab mich hier erwischt. Angriff ist die beste Verteidigung. Ja, ja, klar. Sehe ich ja genauso wie du. Aber dass du hier einfach mal so drei Kills hinlegst, das ist ja schon nicht schlecht. Muss man die ja erst mal nachmachen. Du bist auch so ein kleiner Angeber, wa? Ich nö. Nö. Geil, ich habe eben mit dem Kopftreffer ihr Killt, obwohl ich ja nie wusste, wo ich hinschieße. Ja, manchmal muss man einfach mal Glück haben, wisst du? Genau. Einfach aufhalten, ne? Ich habe mal snipert, habe einen geschossen. Ja. Und in dem Moment ist gerade noch einer dazwischen gerannt. Geil. Und habe dann gleich zweier gekillt. Zweimal Kopftreffer. Das geht? Da geht die Kugel durch, ja? Das ist ja geil. Knallerwegen. Das ist ja wirklich geil. Und genau vor ihm einer, der ist genau da durchgerannt. Genau in die Flugbahn der Kugel. Und zweimal Headshot hintereinander. Bäm. Das ist ja cool. Das war geil. Das habe ich ja auch noch nicht hingekriegt. Das war aber noch bei Battlefield 3, war das noch. Ach so, da ging es wahrscheinlich noch, wa? Ich sehe ja hier überhaupt nichts, wa? Ich halte einfach mal drauf. Feuerschutzhilfe auf alle Fälle. 29 zu 31. Oh, echt. Airburst. So heißt die Knarre, siehst du? Genau. Die heißt die Knarre? Airburst. Die meint ich vorhin. Ja, vorhin habe ich doch gesagt, ich weiß nicht, wie die Knarre heißt, weil sie damit die ganze Zeit rumballern wie die Irren. Oh. Und die ist doch bei der anderen Map, ist die doch immer, beim anderen Server ist die doch immer verboten, weil sie sich doch alle in die Hosen kacken. Was ist denn da los? Voll Granatenwerfer erwischt worden. Könnte wett, mein Sohn wird später Gangster oder sowas. Meine, er mag GTA, will lieber böse sein als lieb. Das wird noch ein ganz böses Ende nehmen, glaube ich. Ich muss mal kurze Waffe wechseln, glaube ich. Ja, mach mal. Bumm. Stand da ja, okay, ne? Die Schrotflinte geht gleich vorwärts hier. Hast du mal ein Kilt oder was? Ja, einfach rein die Rotslager. Mit der Schrotflinte habe ich echt kein Glück. Ich weiß nicht, damit kriege ich keine Kills, ne? Wenn ich da immer rinrenne, ich sterbe, bevor ich überhaupt schießen kann. Was ist denn jetzt? Wir haben schon gewonnen. Alter Schwede. Läuft ja. Alter Scheiße. Das läuft ja richtig gut hier. Schauen wir doch mal nach, was wir für nette Punkte haben. Na, das ist ja wenig. 13.000. Das ist ja putzig, ist das ja. 17.000. 28.000. Tja, liebe Freunde, dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Würde mich freuen, wenn der nächste Muster auch wieder dabei seid. Also bis dann, euer Rockbock. Ciao, ciao.